Oh, habe ich das Buch schon gelesen? Ja. Genau, hier der Selbstmörder, den ich dann hier... ...lein Sternothek, der lässt sich hier. Mir geht's gut genug. Ja, ich danke auch. So. Immer noch keine Ahnung, wie ich hier reinkommen kann. Aber ich gehe jetzt hier spazieren. Was? Da kommt der Fisch. Alter! 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 días? rada Ja, ich geh da ganz langsam rein, mach sie alle kaputt und geh da ganz entspannt wieder raus. Der hat nichts mitbekommen. Schalt drauf. Wichtige Dinge! Einste Zeitverschwendung. Ja, da kommt die Brie. Da und da kurz in die Brüsten. Da kann man gehen. Okay. What's up, partner? Man müsste uns nur helfen lassen. Genau pünktlich zur Show. Das hat ja mal gar nichts gebracht. Nichts! Ich lenk ihn ab! Lade nach! Von mir? Ich lade da! Er ist noch hier! Er ist hier! Er ist hier! Ich bin der Typ, der Typ ist auf dem Weg, der Typ ist nicht. Der Typ ist doch nicht so schlimm. Ja, ich bin der Typ ist so schlimm. Tut mir leid, dass du deinen Text nicht zu Ende aufsagen durftest. Naja, machen wir mal das, was wir jetzt tun sollen. Oh, nein, 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 er entkommt mir nicht. Äh, Regen. Das Feuerwerk würde ich umhauen, Frank. Genau. Oh. Was? Hm? Was? Ach, Mann. Hat das F nicht funktioniert. Hm? Hm? Ach, nicht cold. Hoffentlich nicht cold. Was? Was höre ich da? Ich fühle dich übergangen. Oh, scheiße! Ich bin da. Ich bin da. Ich muss sowieso nach hinten hin, wegen der Tender. Die ist ganz gut. Hier ist noch Club hier. Ich denke, das ist nicht gut. Ich denke, das ist nicht gut. Come and run. Ah, find ich auch. Wer muss ich denn tun? Achso, mein Papo. Ist das überlebt? Was? Hallo? Bei mir macht es Sniper nicht wirklich Spaß, aber ich mache es trotzdem. Kann ich auch keine Munition mehr für den hier haben. Oh Mann. 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 Ich brauche Shotgun, Munizio. Und Asidi oben. Ich habe heute keine Lust aufs Meditieren. Wir haben ja Residuum, wenn ich schon sonst nichts drin von das hier kriege. Äh, komm, geh mit doch bei mir ab, dann vorbei. Äh, achso, die raucht sich zu Tode, ja. Ich bin auch nicht mehr wieder, wo ich letztes Mal reingekommen bin, aber egal. Ich bin wieder am Anfang. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie das Ding genutzt wird. Hier rein. Hier ist gegen Abend ein Experiment aufgebaut. Da habe ich immer noch keine Ahnung, wie die reinkommen. Wenn ich Glück habe, hat der jetzt überlebt. Aber ich werde wahrscheinlich nicht mehr herkommen, aber ja. Na ja, ich habe immer noch keine Ahnung, warum. Das hier so vermieden ist. Oder wie man hier reinkommt. Jetzt habe ich schon ein paar Dolphonen in der ganze Zeit. Egal. Ist immer noch grün. Okay, ich werde hier nochmal längs gehen, aber auch nur aus Spaß. Ich wünschte, ich hätte aufgepasst vorhin und mir scheiß Waffen mitgegeben. Also eine, dann hätte ich nämlich eine neue Waffe mitnehmen können, aber egal. Ein selten beschrittener Weg. Ich wollte mal gucken, ob ich hier auch irgendwie sinnvoll durchkomme. Ja, jetzt sowieso nicht mehr. Guten Tag. Ich lasse ich da auch mal rumdimpeln. Ich will das Residuum mit. Und wollte jetzt mal gucken, da drüben. Habe mir diese Vorwürfe, ey. Habe ich deaktiviert. Ist deaktiviert. Ich weiß, wie es hier noch. Ich weiß, wie es hier noch. Ich weiß, wie es hier noch. Ich müsste echt mal den Generator irgendwie anschmeißen und dann noch mal hierher kommen, um hier dann rauszufinden, was Ende 4 ist. Weil ich kann die hier nicht aufmachen, weil kein Schwung. Und man sieht hier leider auch nicht, wo der Strom herkommen soll. Habe ich echt sonst nichts mehr hier, außer Harold? Müsst du noch mal ne Batterie finden? Oder so ein Drehrad. Kann mir dann auch immer merken, wo ich das dann finde. Hast du nicht noch was fallen gelassen? Okay, ne schöne Waffe. Muskel-Kalibergeschoss, Flitz-Polpe. Ich werde hier bestimmt noch so oft einlaufen wollen. Irgendwann finde ich auch raus, wie das Ding hier aufgeht. Weil hier irgendwas drin ist, was lustiges. Coatschyre-BS связiert. TD zusammen, Kvalit? Da, da. Da, da. Da, da. Da, das mit. Was Vampel! Red, da. ich bin hier gar nicht umgelaufen das video ach komm ich geh jetzt noch mal rüber interessant wo auch immer ich jetzt hier guck ich bin hier ich bin hier noch mehr residuum batterie vielleicht irgendwie gehofft mit diesem untergang unten rum würde ich woanders hinkommen aber scheinbar nicht hier vielleicht immer meine batterie Hallo! Was? Was? Ist der Gerst tot? Äh... Du? Ihr? Wie? Hm. Achso, ja. Jo... Einmal erschossen, immer wieder... Rechte Beute. Sollte mich jetzt keiner von rechts abschossen. Danke! Und die Nexus-Verbesserung. Und der Blumenklopf hier. Nächstes Geschosse visieren automatisch die nächsten Liedern. Ja, schön. Ich hab keine Ahnung, was nächstes ist. Achso. Egal. Egal. Wer kontrolliert die Menge an Giftgas und Hangar 2 im Himmel und der Kanzlei... Anzelle... Ah, jetzt kann ich mich da gleich umgucken. Oh. Schön, dass ich den beim letzten Mal nicht gefunden hatte. Oh, ich kann Munition holen. Ich will die Tür öffnen. Ich will die Tür öffnen. Dann finden wir hier doch noch was raus. Tschüss. hoffe ich wird das gast dann noch oder nicht so hier ist nichts hängt hier noch eine Institution an der Wand nein, nur Danger Funktion warte mal ich komm hier rein bin dann hier links raus das war ja doof dann hätte ich hier rechts gehen müssen ja, schießt hier selbst und rein ich komm von hier unten da auch rein hier unten nichts zu entdecken ich mach Munition ein bisschen Fissbock ich kann auch hier hin aber ich kann auch hier hin ich kann auch hier hin Das fühlt sich ja total sinnvoll an, dass das Ding wieder zugeht. Jetzt kurz am überlegen, wenn ich hier längst kriege und hier rauskomme. Die nehm ich dann nicht, oder wie? Ich könnte hier wieder hier rein. Genau, ich würde hier raus, hier rüber, runter, hier hoch. Und da Harriot. Hier hoch. So, bum bum bum, weg. Gas aus. Oder den Kramdächler hochfahren. Dann ein Gebliebter, ja. Dann ein Gebliebter. Dann ein Gebliebter.